Verlasst euch auf mich! Ah, dann haben wir noch nicht ausgewiesen. Den richtigen Stärker. So, dann gehen wir noch kurz hier. Diese Quest nehme ich jetzt noch nicht an. Erst wenn wir den Fraps endlich auch verdrucken. Nein, wenn wir die Quest machen werden. Oder kaum. Komm, wir nehmen uns jetzt schnell. Wir sind ja bald dort. Was ist jetzt mit Fraps los? Moment kurz. Irgendwas hat Fraps wieder. Keine Ahnung. Meine Soldaten wurden von skrupellosen Piraten gefangen. Bitte befeiern unseren Kameraden. Wir sind dir zu Dank verpflichtet und ich werde dich begleiten. Wenn ich noch neu bei der Armee bin, überlasse ich dir die Führung. Daher sagen wir bitte auch. Soll ich mit dem Schwert gegen unseren Gegner vorgehen? Ansonsten nehme ich den Bogen. Am besten immer den Bogen nehmen, dann stirbt er nicht so früh. Der starken Gegner. Sei mir gegrüsst. Was soll ich denn noch zu Gold machen, um das Nötigste zu kaufen? Es ist zum Verzweifeln. Deinen Körper. Findet den verrückten Magier, der das Mädchen entführt hat. Ein Ding-Quest. Nun sie gut. Und jetzt spinnt die Kamera. Beide sind umgefallen. Ich hab's ja nur angestupst. Beschliffene Relicke des Feuers. Die geben immer Rüstung dazu. Entweder jetzt wie hier Feuer. Physisch, Magisch, Gift. Und Eis. Oder Eis. Und dann immer einen Bonus. Zu einem Fähigkeiten. Jetzt sind wir besser geschützt. Feuer. Von Feuer. Und ähm. Wir bekommen halt prozentsatz weniger Schaden von Feuer. Das bedrifft auch Feilen. Aua, das hat sich ja eingefallen. Ich hab's noch nicht fest, dass wir die Kommandos gehen. Ich hab's noch nicht fest. Ich hab's noch nicht fest. Das sind ein Fühler. Ich hab's noch nicht festgestellt. Ich hab's noch nicht festgestellt. Hier ist eine Frau Hier ist eine Mager, das ist schon toll Schau an, frisches Fleisch Weil wer ist so ein Zombie Teleport und der Hofelfin Das Wasser ist auch sehr schön gemacht Leider können wir die Kiste nicht öffnen Und ein Hasi Ah, komm mal rein Das ist ein Sondergegner Das ist ein Gelb Das ist ein Boss Ah, okay Das ist ein Das ist ein So. So. Jetzt fahren wir uns wieder im Versteck. Jetzt haben wir ein Rufmesser, das wir überhaupt nicht gebrauchen können. Oh, noch mal so ein Ding. Jetzt sieht man auf der Karte, die haben so drei Striche. So drei. Jetzt helfen noch nicht so gut. Aber die haben gute Bezeichnung. So, Energienetz ist ein Skill vom Tempelwächter. Wenn man die Farbe zeigt eigentlich den Charakter. Hellblau ist Selphine. Gelb ist Schattenkrieger. Blau ist Hochelfin. Grün ist Triadin. So, Türkis ist Tempelwächter. Weinerrot ist, ähm, also Weinrot ist Inquisator. Und dann gibt es, glaube ich, noch Orange. Mit dem Drachenbeschwer. Drachenweil. Ah, das Mikrofon bricht langsam zusammen. Der war nur ein extrem bewegiges. Da müsste ich bei der wahrscheinlich auch nicht so gut. Es tut mir leid. Und die Wolfsplage hier oben. Da ist er ja. Der Knapp, den wir suchen. Dann wirst du auch noch drankommen. Da, das Wasser aufs Maul. Hast du gesehen, wie stark der Wolf war? Selbst für einen schwarzen Wolf war der extrem zäh. Danke, dass du mir geholfen hast. Bringst du mich bitte nach Hause? Ich hab immer noch Angst. Okay. Jo, jo, jo. Ein puddelvoller Ruck. Schöpfungsschlag ist auch vom Tempelwächter. Ich hab noch nicht mehr. Fast zu 5. Das ist der Erfahrungsbalk in der Grüne. Dann durchs Lebensbalk. Für die Ehre! Ich werde mich um deinen Nachlass kümmern. Die trifft gar nicht. Sie trifft gar nicht die Maske. Sie sind immer weg. Sie ist nicht zu machen. Okay. Ja, die Höhen sind am Anfang extrem klein. Aber die werden gar nicht spät. Gerade in der Wüste. Oder im Dschungel. Ich habe einen Knopf in der Wüste. Ich bin ein Knopf in der Wüste. Ich bin ein Knopf. Ich bin ein Knopf in der Wüste. Und hier können wir nicht durch. Also gehen wir mit in die Stadt Schlevenfurt und hier das Dorf. Es sind zwei neue Wege. Und wir haben das Level Up. Super 5. Oh nice. Jetzt nehmen wir. Hm, Konstitution brauchen wir jetzt noch nicht. Hm, keine Kampfe dazu. Rüstungskunde. Ist hier nicht irgendwie. Das ist mehr Schaden, aber kein... Wir nehmen kurz zuerst Rüstung und dann Erkranknis zu gehen. Oder Taktik-Kunde. Ist auch nicht Schaden. Ne, wir machen Rüstungskunde. Wir brauchen Rektzeitverringerung. Wir haben den Malus drauf. So. Hier noch Stärke. Dann haben wir nur einen Einhandarzt. Seht ihr, die hat überall Regenerationsbelastung. Das ist nicht gerade gut für uns. Hier ist manchmal ein Versteck. So, vielleicht ist es jetzt eigentlich stabil. Gut so. Ich hoffe es läuft eigentlich ein Video. Weil manchmal läuft es ein Video ein bisschen. Obwohl ich es nicht sehe. Nicht schlecht. Oh, eine Küste. Siegelring des Schmerzes. Wächter der Inquisition. Die Dummheit der Ungläubigen ist unser Gewinn. Ich grüße euch mein Herr. Ich selbst bin zufrieden. Und wenn ihr mich fragt, was ein Tarifvertrag ist. Ich kenne das Wort nicht. Ich kenne das Wort nicht. Also, was haben wir für einen Link bekommen? Schauen wir mal den Link. Ah, das ist Deiss. Aber wir haben kein neues. Aber wir könnten den wenigstens umändern. Weil Schadenskunde noch nichts gehen werden. Deswegen kann ich nicht fiebern. Beim Schattenkrieg. Schlechenfurt. Schlechenfurt.